Hey Leute, schaut mal, was ich Cooles für euch bei YouTube entdeckt habe. Echt Hammer, was der Typ geschafft hat. Mit viel Sport und der richtigen Ernährung, ich bin echt beeindruckt, was man alles schaffen kann. Aber schaut am besten selbst. Untertitelung des ZDF, 2020 Cool, oder? Jetzt wisst ihr, was möglich ist. Jetzt seid ihr dran. Channel abonnieren und selber fit werden. Klickt euch durch. Servus, Leute, euer Jörg hier. Erstmal ein herzliches Hallo an alle Menschen da draußen, die jetzt eingeschaltet haben. Ihr fragt euch sicher, für was steht dieser Kanal? Dieser Kanal steht für euch, euch zu motivieren, fit zu werden und das mit der richtigen Ernährung. Ihr habt den Trailer gesehen mit meiner Transformation. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich habe meine Ernährung im Februar 2011 umgestellt bei einem Gewicht von 130 Kilo und habe es geschafft, innerhalb von 18 Monaten mein Gewicht auf 82 Kilo zu reduzieren. Ich blende euch gerade mal ein Foto vom August 2012 ein. Ich kann euch sagen, nichts schmeckt so gut, wie fit sein sich anfühlt. Ich bin diesen Weg alleine gegangen und habe dabei Erfahrungen gesammelt, die ich hier auf diesem Kanal mit euch einfach teilen möchte. Weiterhin werdet ihr auf diesem Kanal Dokumentationen von anderen Menschen sehen, etwas über ihre Motivation erfahren, etwas ändern zu wollen und wie sie letztendlich diesen Weg gehen. Vorneweg, die beste Motivation ist der Wille, etwas zu ändern. Ab Januar 2014 werde ich regelmäßig Videos hochladen. Freut euch schon mal darauf. Es wird auch ein Übungspool entstehen, der sich natürlich mit der Zeit weiterhin fortschreiben wird. Zu dem Gewinnspiel der Sweatshirts kann ich euch mal sagen, das Gewinnspiel läuft noch bis zum 31.12.2013. Deshalb haltet euch ran, würde mich freuen. Wenn ihr Anregungen oder Fragen habt, dann schreibt es uns doch auch bitte einfach unten in die Kommentare. Ansonsten würde ich euch bitten, abonniert den Kanal, teilt das Video, gebt dem Video zwei Daumen hoch, einen für den Trailer und einen für das Video. Ich bin raus, ciao, ciao, macht's gut, bis bald, euer Jörg. Ich bin raus, ich bin raus, ich bin raus, ich bin raus.